Und herzlich willkommen zu The Evil Within mit dem alten Mann und ja, ich kann nicht so gut Englisch und hier habe ich doch noch in der, kurz bevor ich die Aufnahme beendigt habe, achso, ich muss das halten, oh, eine Falle gesehen. So, hier hätte man die auch durchlocken können, wenn man das vorher weiß. Ja, wo geht es denn jetzt hier weiter? Da wahrscheinlich. Da bei diesen Dingen waren wir schon. Ich habe aber schon lange kein so ein grünes Gel mehr gefunden. Vorhin haben wir so viel davon entdeckt. Was ist das denn da? Das ist eine Art Leuchtturm. Ist das der Leuchtturm, von dem er gesprochen hat? Ich glaube, das Licht ist nicht gut. Jetzt ist es weg. Gut. Halt! Da steht wieder einer. Da ist wieder jemand. Und wir haben nur begrenzte Ressourcen. Ich habe sechs Schuss. Ein Kontrollpunkt. Gut. Gut. Komme ich irgendwie von dem, bei dem hinten ran? Ich werde mal hier vorsichtig, wenn ich weit genug weg bin, sieht er mich wahrscheinlich nicht. Hoffe ich mal. Ich werde mal schauen, ob ich von der anderen Seite ran kann. Ah, da sind noch mehr. Da sind sogar welche, die mit Fackeln in der Hand rumlaufen. Eins. Mehr so eine Gestalten. Kacke. Der rennt da immer hin und her. Man müsste irgendwas haben, um den abzulenken. Wie so eine Flasche hier zum Beispiel. Dann könnte ich ihn vielleicht dazu bringen. Ich muss bloß ein Versteck finden. Ein gutes Buch. Geht er los? Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Ach, jetzt kann ich ihn nicht. Was habe ich denn jetzt genommen? Was habe ich jetzt genommen? Munition. Na gut, dann verbrennen wir es. Oh. Ach, das geht auch. Jetzt habe ich aber nur noch ein Streichholz. Oh, da oben ist ja auch noch wer. Ich werde mal vorsichtig hier ranpirschen. Ah, vielleicht kann ich ihn durchs Feuer lotsen. Jetzt haben wir aber schon 10 Schuss. Das ist gut. Ich will aber nicht schießen. Ich will mir die aufheben. Aber ich nehme sie mal. Oh. Das kann ich auch verbrennen. Das ist gut. Geht das? Sieht er mich jetzt? Kommt er? Brennt er durchs Feuer? Nein. Oh. Oh, das Auge irritiert absolut hier. Da ist das Ding. Oh, schnell. See, 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 see. Oh. Mist. Das war nicht gut. Hier ist wieder eine Falle. Mann. Ich will immer... Oh. Ich muss mich an die Leertaste gewöhnen. Ich lasse das... Mal an. Oh, scheiße. Ah, kacke. Oh, das war... Nicht so gut. Wie viele sind denn hier noch? Und die gehen nicht freiwillig durchs Feuer. Da habe ich meine ganze Muni verballert. Eben noch gefreut, dass ich so viel habe. Hier fehlen auch... Streichhölzer. Die Falle wäre gut gewesen, wenn ich sie nicht abgebaut hätte. Jetzt haben wir sowas gefunden. Streichhölzer wären gut. Ja, ist natürlich... Oh, hier liegt noch was. Hier liegt eine Spritze. Jetzt habe ich schon zwei davon. Und Streichhölzer. Nein. Wir gucken mal ins Inventar. Zwei Spritzen. Ich nehme mal eine. So. Die andere heben wir auf. Kacke. Kann aber auch kloppen. Hier ist eine Flasche. Ich dachte, ich hätte da was Grünes gesehen. Wo ist denn hier noch wer? Da. Ach, Kacke. Das war nicht gut. Da leuchtete der Text auf. Ich habe mich ganz... Ich habe mich die ganze Zeit... ... ... ... ... ... ... ... Konzentriert. Ey, sag mal. Kann man die nicht kaputt hauen? Das ist ja ein bisschen sehr... ... ... ... ... Hat der Streichhölzer fallen lassen? Ne, Munition. Also es ist keine gute Taktik. Wenn die an einem dran sind, muss man schießen oder wegrennen. Wenn man kann. Und verbrennen kann ich den auch nicht. Hm. Meine Spritze. Und dass ich die genommen habe, sonst wäre ich jetzt gestorben. Ach, gar nicht. Wollte ich doch gar nicht. Wollte ich das nehmen. So. Die Munition ist hier lebenswichtig. Da ist die nächste Falle. Das ist aber... ... ... Da muss ich hin. Wartet mal, ich habe doch... Oh, das kann nicht sein. Oh, wie soll man denn da rankommen? Ich lade gleich den Kontrollpunkt neu. Ja, das werde ich wohl auch machen. Äh, Kapitel... Hä? Kapitel neu starten? Ein Kapitel von Anfang an starten? Kann ich gar nicht. Ach du Kacke. Na, das fängt ja gut an. Da muss ich von der anderen Seite ran. Ich brauche die Teile. Jetzt gehe ich da ganz vorsichtig ran. Das ist Mist. Ich bin ein bisschen enttäuscht jetzt hier. Aber auch von mir selbst. Das liegt ja an mir selbst. Ich war zu wierig. 1.800. Ich werde hier keine Spritze mehr finden jetzt hier. Ich bin mir ziemlich sicher. Man kann hier übers Feuer gehen. Da geht's. Weiter. Ich schaue erst mal. Da ist ein Drehrad. Was ist das hier? Aber da der Spielstand hier sowieso schon versaut ist... Hier sind wieder so eine ollen Fallen. Kommt man da dran vorbei. Drei Stück. Der hält die Typen auf jeden Fall erst mal auf. Gucke ich jetzt mal weiter, ob ich hier noch... Ah, hier finde ich noch Sachen. Hier ist eine Flasche. Da finde ich... Streichhölzer. Und Munition. Einschuss. Drei Streichhölzer. Da oben habe ich noch einen gesehen. Da in das Haus will ich unbedingt rein. Da sind bestimmt noch Sachen, die ich gebrauchen kann. Wie gesagt, der Spielstand ist sowieso im Eimer, im Klump. Da höre ich doch schon ein. Wo ist denn der? Die könnten mich hier sehen. Da geht er. Ist das nur der eine? Vielleicht schaffe ich es. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Schön stehen bleiben. Brennen. Der liegt doch in der Fackel. Warum muss ich den jetzt noch verbrennen? Ja, ich kann das nur so tun. Gibt's nicht. Das ist ein bisschen blöd. Also wenn der auf einer Fackel liegt oder auf Feuer fällt, dann muss der doch verbrennen. Oh. Ich habe ein Streichholz gefunden. Nee, ich habe die Fackel genommen. Ah. Kann man die auf dem Inventarplatz setzen? Nee. Nee, die kann man nur nehmen. Jetzt geht's mir wieder besser. Hat er sich ein bisschen erholt? Guck hier erst mal rein. Oh. Munition ist voll. Hier ist grüne Pampe. Kann man das lesen? Nein. Hier ist Munition. Was ist das? Ach. Ich muss sie immer noch mal hauen. Halt. So, jetzt. Ich hätte doch die Fackel nehmen können. Nicht blöd, Mann. Wie kann man sich verstecken? Gut. Huch. Hinter mir ist auch nichts. Da ist Munition und da ist was zum Verstecken. Äh. V. Jetzt mal ganz vorsichtig ran. Guck mal das. Ist doch viel zu gefährlich. So dicht muss ich rangehen. Das löst schon wieder fast aus. Kommt man da rein? So. Der Kopf war doch weg. Ja, ich hol mir gleich die Fackel. Jetzt kann ich ja... Oh, hier liegt noch mehr Munition. Hier ist ja richtig eine Schwämme. Hier kann ich jetzt erst mal ballern. Ne, da geht nix. Ach, ich hatte die Lampe an. Hier liegen noch ein paar Dokumente. Die man aber nicht nehmen kann. Der Typ ist weg, ne? Ich nehme jetzt nicht mein Streichholz dafür, meinen letzten. Ich renne jetzt raus. So. Und hoffe, dass da noch die Fackel liegt. Nein. Doch, das geht auch. Leertaste. So. Munition ist voll. Dann gehen wir erst mal zu diesem Typen. Komm. Ja, das war ja wieder klar. Nein! Du solltest die Fackel nehmen. Äh, wozu hab ich die denn? So ganz verstehe ich das noch nicht. Jetzt kann ich die nicht verbrennen. Jetzt hat's geklappt. Jetzt ist die Fackel dafür weg. Gut. Meine Streichhölzer auch. Wie kann ich mich drin verstecken? Toll. Kann ich die kaputt kloppen? Geht mal weg. Ja. Da war aber nix drin. Hier sind noch Kiste. Ist noch ne Kiste? Ne Spritze. Oh, die pfeife ich mir gleich rein. Wie schalte ich denn? Ach so. Aha. Ausrüsten benutzen. Ich hätte jetzt gern einen Speicherpunkt. Ich komm hier auch gar nicht wieder raus, ne? Ah, hier geht's ja auch gar nicht lang. Da hinten war ja die Kurbel. Na super. Nochmal hier umschauen. Kann man die Tür hier aufmachen? Das ist die Haustür. Die hätte man dann also auch nehmen können. Blöde Tür! So, dann haben wir die Zombies hier alle beseitigt. Hoffe ich. Oder was das immer auch ist. Das war hier drüben, ne? Oh. Das ist mir sympathischer. Ich kenn mich ja. Ich renne wieder durch die Fallen. Ich hoffe, ich hab jetzt hier auch alles abgesucht. Und nicht irgendwo noch den dicken Big Bonus übersehen. Ja, an der Ausdauer müssen wir noch arbeiten. Ich glaub wegrennen ist hier ganz wichtig. Auch nö!? Oh, na... AHH N 에iin! Ich sag nichts mehr. Halt! Kann ich die nicht abbrechen hier? Nein! Muss ich hier durch? Mir fiel noch ein, da lag noch Munition. Ich würde noch zurücklaufen und die holen. So. Und nun? Passiert jetzt was? Nein. Komm, schnell die Munition holen. An den Fallen vorsichtig vorbei. Da war doch noch Munition im Haus. Ich hätte doch nicht alles mitgenommen. Boah, der kann ja überhaupt nichts. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ich will das nicht noch alles normal spielen müssen. Oder einen Spiegel. Hopps, hopps. Die nehmen wir noch mit. So. Hier kommt nichts. Ich versuche jetzt hier durch das Fenster. Das klappt nicht. Ihr habt ja bestimmt meine Taste klappern. Hören meine Space-Taste. So. Weiter geht's. So, weiter geht's. Aber. Es ist doch interessant, was hier passiert ist. Ist das eine Seuche oder die Apokalypse? Liege ich mit meiner Vermutung nahe? Ich hoffe, das wird sich bald aufklären. Das ist jedenfalls interessant. Gemacht. Ja, gut, dass wir die Munition geholt haben. Wir haben einen Kontrollpunkt. Super. Diesen Kontrollpunkt werde ich auch nutzen, um gleich eine Pause zu machen. Ich glaube, hier ist ein Feuer. Hier kann Sebastian sich ein bisschen aussuchen. Äh, aussuchen. Ausruhen, wollte ich sagen. Ausruhen. Ich mich auch. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.